Also stell dir vor, diese Energie, die du ausstrahlst, die strahlt das aus. Alles, was dich ausmacht, alles, was dich ausmacht, wird nach außen gestrahlt. Da ist dein reines Herz. Ich nenne es Divine Design Soul Blueprint. Das ist die Seele. Das ist das Herz. Das ist die reinste, reinste, hellste, perfekteste Energie. Und die kommt durch dich durch nach außen. Das heißt, die ganze Energie, die du bist, die du verkörperst, jetzt und hier, zeigt sich in deinem Leben. In all deinen Lebensbereichen. Zeigt sich in deinen Beziehungen. Zeigt sich auf deinem Kontostand. Zeigt sich in deiner Arbeit. Zeigt sich überall. Zeigt sich in deinem Umfeld. Zeigt sich in deinen Möbeln. Zeigt sich in deinen Kleidern. Zeigt sich in deinem Aussehen. Die macht vor nichts Stopp. Deine Energie macht vor nichts Stopp. Die kennt keine Grenzen. Deine Energie macht vor gut keinen Teich in Caitlin Technologien. Deine luziver.